hallo leute wir machen mit darksiders weiter und ja verspricht lustig zu werden wir müssten ja den bummerang haben beziehungsweise die klinge die kreuzklinge die wir auch so weit haben und da hinten das leben lass mich raten da passiert nichts schön jetzt müsste aber was passieren oder nice direkt am anfang und direkt progress nice explosionen schön dass wir das auch erklärt bekommen haben das ist doch nett diese stelle das wird anstrengend aber was sowas von anstrengend wir müssen nämlich wir müssen nämlich drei von diesen schwertern holen und dreimal dürft ihr raten es wird nervig da wollte ich sie doch gar nicht hinwerfen du dummes bombengefägt warte machen wir am besten gleich ich habe nämlich noch was anderes vor oh was ich von hier gar nicht machen kann ja gut nämlich dich mitnehmen nämlich dich mitnehmen hier sind quasi bargeld was einfach nur noch erwartet abgeholt zu werden hier sind wir jetzt wieder ganz oben wenn wir uns mal nicht beschweren wenn wir uns mal nicht beschweren dann 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 ja passt perfekt hätten wir also gar nicht so machen müssen aber trotzdem schön ihr dreckigen vogelfiecher das war glück ich meine natürlich ich habe das genau so getan schön mehr seele mehr seelen heißt mehr kaufen und mehr kaufen heißt mehr sachen und ich glaube ihr wisst worauf das hinausläuft denn mehr sachen bedeuten auch mehr spaß kommen wir mal bei dir an macht glaube ich keinen unterschied steed Ich erinnere mich noch an diese Stelle. Genau so wie ich mich noch an euch erinnere. Und ja, darauf liegt die ganze Ebene hier auch, dass wir die Dinger mit unserer Klinge abwerfen. Hm, wir kriegen das Bombengewächs. Nice. Jetzt heißt mehr Explosionen. Hm, da oben müsste es noch was gegeben haben. Wurz dich, stop. So. Hm. Hm. Das war hier gefragt. Ich sehe schon. Ja, und jetzt kommt man hier noch ziemlich entspannt rüber. Und dadurch, dass ich den Weg noch halbwegs kenne, stehen wir hier nicht vor der Situation, dass ich drei Stunden nach dem Weg suche. Und mich frage, welche Schalter ich jetzt umlegen muss. Und so weiter. Hm. Wir kommen gut voran. Hm. Was öffnet das? Ich glaube, das war das gefährlichste Gebiet, was sich hier jetzt öffnet. Ja, ja, stimmt. Nee, ich erinnere mich. Kampfraum. Wo man merkt, dass sich die Sense deutlich, äh, ja. Okay. Das war's. Könnt ihr mir da nicht erzählen. Im Ernst? Das war schon alles? Ich dachte, jetzt kommt was richtig, äh, fieses oder so. Ein paar coolen. Wirklich. Ist das eine normale Lebenskiste oder eine Lebens-Stein-Kiste? Okay. 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 Das war's mit dir jetzt soweit. Okay. 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 Bye. 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 Hmmmm Aber hier fehlt doch was. Oh. Ohhhh Ja bei ihm ist der Trick Die drei gleichzeitig Anzugreifen Und wenn er wütend wird Kann man die natürlich nicht mehr angreifen Und jetzt marodiert er richtig Und weg mit euch Finish Das war ein netter Zwischenboss Und mit dieser Fahrstuhlfahrt Endet auch dieser Part Oh lol Man kriegt hier so ein bisschen Bildfehler hin Ja wir werden da noch nicht rausgehen Wir Werden Speichern Und dann würde ich sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dann